Hallöchen! Ich habe mal wieder einiges an Bildmaterial zusammen gesammelt und es wird Zeit, dass ich das mal langsam verarbeite in einem neuen Video. Die Babys sind schon sieben Wochen alt und mir ist aufgefallen, dass ich die zwar auf der Homepage bei mir einzeln vorgestellt habe, aber in den Videos habe ich das bisher komplett versäumt. Das müssen wir mal nachholen. Hier haben wir den kleinen Paddy. Abigails Featuring Paddy wird er heißen. Ein kleiner Röde mit Teddy-Gesicht. Das hier ist die kleine Lola. Lola, Paddy kaut am Stativ. Lola wird heißen Abigails Firefly. Das kleine Glühwürmchen ist gerade ein bisschen müde. Kommt im Moment nicht so häufig vor. Hier ist die kleine Greta. Greta wird den Songtitel in diesem Wurf bekommen als Namen. Ich habe in jedem Wurf bisher einen Songtitel. Also ist das hier. Abigails Falling Slowly. Hier ist das kleine Rotschöpfchen. Das ist Fire. Abigails Follow Me Fire. Und last but not least der kleine Freddy. Abigails Freddy Mercury. Ich bin Queen Fan und stehe dazu. Jetzt zeige ich euch, was wir so die Woche über erlebt haben. So, ich war mit den Babys gerade im Garten und in der Zwischenzeit hat mein lieber Mann die Schaukel angebracht. Da bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. So, ich war mit den Babys gerade. So, ich hab dich für mein lieber Mann die Schaukel�ke. So nebenbei zwei Sachen. So, ich hab dich für mein lieber Mann die Schaukel. So, ich bin ein paar Leute gebeurten. So, ich habe ihre Ballen. So, ich bin ein paar Sachen. So, ich hab mich. So, ich bin ein paar Sachen. So, ich bin ein paar Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020